Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Leute, Versuch Nummer 5? Mit Tainted Maggie. Was zu reißen, sag ich mal. Ich sag mal reißen, ne. Wollen wir mal hier... Okay, vielleicht doch in den Close Combat. Äh, ausgewichen. Kurz. Ist nicht mein Favorit. Das ist nicht mein Favorit. Oh. Oh, Marty. Komm, lass uns mal neu starten hier. Mir ist mein Fuß eingeschlafen. Oh, toll. So, so, so. Nope. Hallo. Möchten Sie mit mir fünf... Ähm, so. Oh. Hallo, ich mache dumme Dinge. Du-ba-ba-du-ba-du-ba-ba-ba-ba-ba-ba-du-ba-da. Kurz. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Yeah, baby, yeah. Gib mir das, gib mir das, gib mir... Hallo. Möchten Sie einmal auf mich zukommen? Kurz. Ey, 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 ey. Kommen Sie mal bitte wieder zurück. Sie auch. Das ist so nicht erwünscht. Hallo. Eins, zwei, drei. Hopp. Äh, ja. Okay. Alles andere wäre jetzt auch enttäuschend gewesen. Wir probieren es einmal aus. Und hoffen da drauf, dass hier Geld... Als wenn ich da jetzt 12 Cent rausbekomme. Es waren... Sieben. Sechs. Ich kann nicht mehr reden, warte. Genau. Gib mir was für ein... Äh, für ein Close Combat, bitte. Gib mir jetzt was. Attacke, Alter. Was willst du? Hä? Opfer. Zap, 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 zap. Zap, zap, zap. Hier gibt's nichts. Und hier gibt es... Ich denke, vielmals. Dann machen wir mal weiter. Weiter. Äh, Mist. Das ist jetzt ein bisschen... Genau deswegen. Na. Fehler wurden begangen. Gib mir das. Dankeschön. Ist das? Okay. So. So. So wird ein Schülchen raus. Ja, komm. Ist egal. Magnetizing Tears. Aha. Wenn hier oben... Kein Secret... Okay, das ist kein Secret. Ja, Cardio Coin. Ich weiß gar nicht, ob das so heißt. Ja, ein Streamer, den ich immer gucke. Der sagt immer Cardio Coin. Also ist es in meiner Welt auch ein Cardio Coin. So. Komm mal alle, versammelt euch. Versammelt euch. 36, aha. Habt ihr es auch gesehen? Ich, ja. Werde ich es mitnehmen? Auf jeden Fall. So. Ich hab dickere Balls jetzt. Hehe. Das... Ach, gut. Ja, du. Machen wir. Machen wir. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das hier gut wird. Der will Deal. Ja. Suboptimal. 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 Wird ja immer schlechter hier. Oh. Was war das? Das war das. Ich hab... Okay. Das war's. Bewusstsein. Okay. Das war's. Schauper... Entfressen. Was war das? Ich hab überlemmt. Was war das? Was war das? Was war das? Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Dass ich dich so armsey, Ich hab das. Gut, äh, nee, machen wir so. Nehmen wir mal mit. Gehen wir da rein, machen wir mal kurz das und das. Jawoll. Okay. Ah. So. 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 Sag mal. Sag mal. Lümmels. Komm, 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 komm. Ja, sehr gut, sehr gut. Ah, ah. Ich bin ein bisschen zu langsam. Bitt ich. Das ist halt wirklich gut, ne? Was ist los? Wolltest du auf mich zusprinten? Nö. Hilfe, ich wurde. Tja. Ach, kommt schon, Leute. Das ist doch nichts Gutes, wenn ihr hier... Danke. Weg, oder? Ja, das ist... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein so riesen Fan. Haben sie das auch gesehen? Ja, komm. Ja, komm. Ich hab noch gut. Gut, 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 gut. Alles okay. Ist nicht okay. Ist auch nicht so gut. Tue, 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 tue. Ich brauch, äh, neun Volt und noch was anderes. Die Raison. Gut. Nennen wir mit. Bitte unterlassen sie das. Bitte gehen sie. Gehen heißt nicht mehr auf die Nerven, sondern gehen mit weg. Sag mal. Hoffen, dass... Könnten sie einmal dumme Scheiße machen? Ach, klar. Hm? Wer versteckt sich denn da drin? Ja, ist jetzt gut. Okay. Ah. Da ist einfach nichts drin. Wie eine leere Piñata. Gut. Bombfly sind weg. Äh, ich glaube da war... Ne, da geht nicht. Hier könnte... Ja. Witzig, witzig. Wenn das kein Move... Äh, Gameplay ist, ne? Dann bin ich aber... Wir haben alle Zeit der Welt. Ja. Diesmal kein Depp... Villiel. So doof. Dann... Schauen musst du... Was ist los? Hä? Hande weg. Okay. Oh, die hasse ich. Ja. Ah, ich hab besser... Uuuh. Oh, verdammt. Gläge. Shhh. Shhh. Okay. ich habe nicht drauf geachtet überhaupt nicht ja ok das sollte ich ja wohl nächster bitte ja 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 mies was ist denn das für eine elend lange map oder kommt mir das gerade nur so vor irgendwie fühlt sich das alles sehr 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 schlender dann ja 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 ich krieg neun prozent das war das war zu erwarten aber ich brauche den goldraum weil ein goldraum ist besser als kein goldraum ja 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 Okay, 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 was bist du, okay, dann wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht noch ein Angel Deal, die rausbekommen, okay, das wird jetzt ein bisschen länger als die anderen, achso. Oh, 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 speed up, oui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aber ich bin... Ja, ich habe ja auch nur ein Damage von 3,06. Also von 3. Da kann ich mir Stich mal mitnehmen. Ja. Jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Okay, ich wusste gar nicht, dass es so viel gibt. Und das war hängen. Nee, den hängenden möchte ich nicht. So. Äh, da, 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 da. La, da, da, da. Und la, da, da. Wen haben wir denn da? Okay, 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 okay. Okay, jetzt gut, ne? Ha! Nö. Danke. Ich möchte mich bei allen Beteiligungen bedanken. Dass sie so zahlreich erschienen sind. Hä? Wieso? Jo. Papa, fliege. Oh, Daddy. Möchten sie vielleicht gegen dich kämpfen? Ich will meine verrotteten Herzchen nicht verlieren. Die soll mal schön bei mir bleiben. Wow. Oh mein Gott, er ist so gut in dem Spiel. Nö. Nö. Das fühlt ihn nicht. Oh ja. Lass uns noch mehr Fliegen mitnehmen. See, Fliege. Warte mal, Kompost. Hm. Ich überlege. Ist das... Sehe ich das... Ich weiß es nicht. Kompost. Wie ist das mit dem... Das nehmen wir mit. Das fand ich gut. Das hat mir mal sehr, sehr doll geholfen. Können sie sich jetzt einmal magnetisieren lassen. Entschuldigung. Ja. Das ist ein sehr langsamer One. Was wird das. Es bleibt... Ich muss auch... down. Das wird das haben. Chappelle von... Sieh. Ich, ihr wisst was ich brauche wie heißt es noch das volt 45 das wäre ein träumchen ich das war ein fehler ja ich gebe das jetzt zu schlüssel bräunig ja ja sag mal gut 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 nicht so gut wo sind wir dann sind wir 4,5 schade doch nö ist mir egal ist es nicht ein shop wartet noch ich habe einen fehler zu viele fehler ich kann mich drehen gepackt mit tollen sachen die das leben schöner machen so easy ich sollte nicht so schnell drücken hier achso der ob es nicht gesehen vielleicht gibt es ja noch irgendwie die möglichkeit zu rollen ne gut ausgewogen kleiner so also bis zu the beast hin ist anscheinend gar nicht so das problem das problem sind ist alles andere das war richtig dumm gut so 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 ich muss sagen finde ich jetzt nicht gut von dir mein freund und kofferstecher so 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 Er ist selbstdestruktiv und distürzt, wie sein Vater. Er hat die klambe Mutter. Ja, was soll's. Ja, dann geh doch. Vater. Ja, dann geh doch. Wir hoffen einfach mal, dass da noch irgendwas Gescheites bei rumkommt, ne? Genau. Wir sind guter Dinge. Guter Dinge sind wir. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Irgendwie hat das alles nicht so gut geklappt, wie ich mir das erhofft habe Ja, gut, schade, kann man nichts machen, ich weine jetzt Ich habe doch irgendeinen Goldraum geskippt oder bin ich... Ah, ich weiß es nicht mehr So, wenn das jetzt schon die vierte Aufnahme am Tag ist und man sich nicht mehr daran erinnern kann, welche was gemacht hat Ich glaube, ich glaube, da war ich schon Ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, ich bin... Bitte, bitte nicht uns verlassen! Let's go Let's Fucking go Noch mal ein Tearser ab Alrighty Eine Münze Ich danke herzlichst Vielen Dank Für die Pillen Lass mal kurz rumgehen Fuck, das funktioniert nicht Sagt mir das niemand Ah, komm schon, hör doch auf Eine Störung in der Matrix oder was? Schön die Konzentration aufrecht behalten Uh oh Jetzt geht Gut Gut Dann würde ich sagen War es dies auch wieder für heute Ich mache glaube ich heute noch einen Versuch Und dann höre ich auf heute irgendwas aufzunehmen Weil sonst Rassino aus Gut Ich sage mal vielen Dank fürs Schauen Man sieht sich bestimmt beim nächsten Mal Ne Bis dahin Habt einen schönen Tag Gehabt euch wohl und Ciao, ciao